Verbrennt er schon wieder Wie man Unterhose brennt Der Fettsack Wie die Matan-Hose Ey Ja, Weihnachtsspruch Zwei Handvoll Hass Uh, guck mal, da war ein kleiner Schneeschieber drin Den könnte man gebrauchen Du brutzelt, ey All sind nur das furchtbar Aber die können das automatisch Krass Ein Jetloader Gerade wird mir klar Du bist der Kammerjäger, der Handsome Jet getötet hat Oh, ach nee Du wirst für ein großer Tag Deine bloße Anwesenheit ist mein Seidnertagsgeschenk Noch eins, gell? Wann muss ich das Ding aufladen? Ja Feuer Halt, warte mal Da ist doch ne Kiste Müll Untertitelung Ohne hängter Fisch! Wundervoll Kamerjäger! Der Seltat hat dich gerettet! Komm wieder her, wenn du möchtest! Wenn du möchtest? Ja... Juhu! Das war wirklich der tolste Seltat aus aller Zeiten! Ich hab Uga! 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 Machst des? Ich hab Uga! Warte mal, vielleicht hat Markus noch was für uns! Wo ist denn der? Hier! Oben, oder? Äh... Wo ist denn oben? Warte mal, ist denn hier noch Quest? Äh... Nein... Nein... Map! Nee! Fast Bottom! Schnellreise-Stopp! Die Rätsel Schneemänner ist ab da, oder? Hat die sich aufgelöst! Äh... Die ein Rätsel überhaupt sind! Was stehst du denn da? Etis! Hä! Ha! Ha! Möge! Mhm! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geschenk für uns, wie es sagen würde. Ja, macht uns noch stundenlang die Ohren voll. Nein. Erzähl bloß niemandem, dass ich dir mal eine Gnarrerin sonst ergeben habe. Diese dämlichen Einwohner hier halten mich für ihren Retter. Bloß weil ich dich engagiert habe, um sie zu spielen und es mir dann in letzter Sekunde anders überlegt habe. Was ein Arschloch. Ich habe vor ein paar Monaten neun Kröten an Kai verlobt, hätte ich dich den Ort platt machen lassen. Boah, er ist echt gemein. Oh, guck mal was ich, was ist ein fett Bauch. Bloß dann, sobald du ein bisschen lauter schnurzelst, ist unheimlich. Liegt gleich an der Mikrofonverstärkung. Gehe ich dem gerade mal bis zum Bauch. Was? Bis zu den Titten. Sorry, dass ich so Mist drauf bin. Ich bin allergisch gegen Weihnachtsworträume. So, was war der jetzt für ein Skin? Schneemannkopf. Ne, ich meine... Schneemannkopf. Nein, ich meine Dingens... Ach das Mensch, Klamotten mäßig. Klamotten mäßig. Uuuuh. Sieht wohl grausam aus. Ziehen, Soldat. Hab ich auch sowas. Die Yeti, guck mal auf. Die Yeti-Ansuch. Wenn ich das sehe, ey, den Sack da. Was ist denn Sack? Den Sack im Gesicht da. Ne. Das soll ein Truthahn-Ding sein. Ich sehe trotzdem was wie ein Sack. Ein Goggle-Ding. Das sehe ich wieder normal aus. Ja. War ein bisschen kurz. Wie lang war es? Wird auch mal eine Stunde. Jo. Haben nicht gelogen, ja. Ach so, hat es irgendein Schrott gäbe? Donaukopf. Schneefläckchen. Du willst so Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst. Du wirst den Schiffen abgeben. Das war der Skin. Jo. Die Skin ist türkis. Guck mal, sogar Mini-Eis haben sie hingemacht. Jetzt fährt es durch die Blubber. Komm. Fährt unten drunter durch. Oh. Ich dachte, der fährt jetzt durch den Pudding. Oh oh. Nein. Oh. Oh, ich habe ja eine Karte an der Aua gemacht. Oh. Oh. Dass sie kein Messer in der Hand hat. Naja. Was fand ich am Ende? Wie viel fand ich es? Frag mich doch nicht immer so scheiß. Doch, ich rolle nicht immer so scheiß. Zu kurz. Er war ja nur so Weihnachtseinschub. Was war das? Weihnachtseinschub. Dann gehe ich schon raus, ne? Ja, ja. Und tschüss.